schon bei Nightsoft Schloss Folge 2 Aber dort Jo, wir machen da Moment Wie heißt sie? Pozilian Stärchen So Noch ein bisschen Stein holen Meine Hälfte einwerfen Dann ein bisschen läuteln Dann an mir liegen Damit mein Server nicht sehr so Flüssig arbeitet Das trompt aber gleich wieder Wenn ich mir schon schlafen Nee, nicht Oh Ist ja schon da Meine Töte Jo Fangen wir erstmal weiter Ich glaube, ich fange von innen die Mauer an Die Außenmauer Ist mir aber keine Falle Wie weit habe ich? Ich Wollte hier noch was mit einbauen Das ist jetzt nicht die Mauer Pfeifen? Nee Wie ich das Material Dann versuche ich mal mein Glück So Mit der Intrisa ist klein Körner 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 Oh, oh man, oh man is here. Äh, erstmal schön Mauer ziehen. Schnapp, schnapp, schnapp. Oh, wo mich erde dazwischen wir auch. Juuu, das steht wieder dann zum Duper. Das ist jetzt übel, ach, ich sollte einen Stein flöten. Oh, ich bin voll Mutant wie alt. Oh, Gott, oh, nee. Ist das jetzt besser? Ja. Okay. Okay. ... ... ... ... ... ... Ich muss mal laufen, die Maus nur ein. So will ich die Zwirpen. So sieht das schön aus. So. Sorry, Maus. Oh man, oh man. No way. Boisien muss ich auch gleich nochmal versetzen. So. 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 Das war's für heute. Ja, so sieht unser Bookshed aus. So. 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 So.